Hallo und Willkommen zurück bei Guild Wars 2. Was gibt denn hier für komische Lecks? Naja, egal. Ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Sind ja immer noch nicht ganz fertig mit der Karte. Ich weiß jetzt nicht, was hier der Kram soll. Also ich habe das Spiel jetzt frisch gestartet. Jaja, machen wir ja gleich. Und dann kam hier irgendwie die Meldung von wegen hier, das Spiel wird in einer Stunde neu gestartet. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass er tatsächlich hier patcht, wenn ich das Spiel starte. Aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Also insofern werden wir wohl hier ein kleines Problemchen in einer Stunde haben. Dann wird er hier automatisch irgendwie das Spiel neu starten. Aber ich denke, das kriegen wir auch so irgendwie hin. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Arbeiter motivieren. So, da motivieren. Hopp. Aufi. Was mache ich denn? Was habe ich mit dem denn da gemacht? Ihr seid motiviert, du nicht so. Tch. Tch. Scheiße. Stehen da irgendwie Dreck auf die Schuhe oder was? Äh. 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 So motiviert man doch keine Arbeiter. Beweg dich auf Helsen. Da kommt doch was raus. Ups. Okay, war sowieso nur eine Ratte. Alles klar. Ich habe gedacht, da käme jetzt irgendwie so ein Elementar hier irgendwie raus. Sowas halt. Oh, okay. Tod ist er. Neuer Fokus. Wunderbar. Ups. Na nü na na na. Da. Kommt dann plötzlich die Fledermaus hier an. Ja. Bevor ich da irgendwas mit dir hier machen konnte. Wat? Nervöse was? Ja. Nervöse Bergarbeiterin. Okay. Äh. Hier. Lungern die hier rum. Gut. Ja. Wieder. Dreck auf deine Schuhe. Ja gut, ist natürlich dann ärgerlich, wenn man halt da irgendwie die Schuhe dreckig gemacht bekommt und so. Aber. So extrem ja nun auch wieder nicht. Was ist das denn hier? Felsbrocken. Ich brauche Hilfe. Na komm, geh. Weck da du Skrit. So. Was haben wir noch? Hier. Wo gucken wir denn hier eigentlich hin? Nirgendwo hin. Diese Tür ist immer noch irgendwie zu. Da. Geh. Arbeiten. Schaff was für dein Geld. Und du guckst hier auch nur doof in der Gegend rum. Echt? Nein. Hier ist absolut gar keine Arbeitsmoral. Halt! Da versteckt sich jemand. Schaffen. Was? Wo? Was? Untersuchen? Wen? Da? Achso. Da. Da. Na komm. Wenn. Wenn. Wenn wir schon hier. Dann alle. Uh. Ja. 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 In 55 Minuten. Ja. Es ist klar. Beziehungsweise ist nicht wirklich klar. Ich werde einfach mal. Ich werde einfach mal. Wenn hier die Folge vorbei ist. Einfach mal versuchen. Äh. Von mir aus nochmal das Spiel neu zu starten. Ob dann tatsächlich gepatcht wird. Oder nicht. Was ich aber allerdings tatsächlich dann bezweifle. Auf jeden Fall soll auf jeden Fall noch irgendwie gepatcht werden. Dass es mit der lebendigen Geschichte da weiter geht. Dass man da irgendwie Löwenstein zurückerobern kann. Deswegen habe ich ja eigentlich damit gerechnet. Dass er da anfängt zu patchen. Aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Naja. Sehen wir dann gleich. Oder halt später. Oder wann auch immer. So. Gibt es hier noch irgendwie. Da ist ein fauler Bergarbeiter. Aufstehen. Arbeiten. Ja. Doch. Reicht. Okay. Gut. Gut. Ne. Felsbrocken. Achso. Da können wir nur Felsbrocken durch die Gegend werfen. Alles klar. So. Dann gehen wir mal gerade gucken. Was der die das da noch hatte. Für uns. Eventuell. Und dann müssen wir schauen. Dass wir noch die restlichen. Wegmarken. Aussichtspunkte. Und Quests machen. Ich denke mal. Da gehen wir aber. Am besten fast. Durch die Stadt. Hier zurück. Toll. Soll ich denn da jetzt. Zu dir da hochkommen. Hier so nicht. Okay. Habt ihr hier. Irgendwie eine Treppe. Ne. Toll. Ich hab gedacht. Er würde jetzt hier unten. Irgendwo stehen. Muss ich mir jetzt hier. Echt hier irgendwo. Einen Aufgang suchen. Da. Und dann wieder. Den ganzen Weg zurück. Geht er hoch. Hättest da auch. Irgendwie. Dich weiter unten. Parken können. Du komischer Vorarbeiter. Verzeihung. Oh. Was haben wir hier. Eine Axt. Auch nicht wirklich was. So. Schrott verkaufen. Und. Und ab dafür. Was müssen wir denn hier machen. Gesamtabschluss. Karma. Krösus. Was auch immer. So. Wenn wir hier so rumlaufen. Können wir ja mal kurz. Auf die Karte gucken. Okay. Wir müssen auf jeden Fall da noch rein. Also hier. Rum. Da rein. Oh. Hier haben wir. Eine Wegmarke übersehen. Toll. Was ist denn hier. Alles. Um. 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 Menge zu tun. Mal gespannt, ob wir das heute alles schaffen. Wenn jetzt nicht irgendwie der große Patch hier kommt. Weiß gar nicht, ob ich dann rüber geht's nach Götterfels. Quatsch, nicht nach Götterfels, sondern nach Löwenstein, um halt zu gucken, was dann da jetzt ein neues abgeht. Interessieren würde es mich ja schon, ob das bei der Rückeroberung, ob das jetzt eine Instanz ist oder ob das halt auch wieder so ein Gezerge ist. Ja, ja, ist ja gut, bla bla. Ach. Naja, ist ja gut. So, da müssen wir gleich hier irgendwo rechts rum abbiegen. Ne? Neues Event in der Nähe. Ne, dich hab ich doch schon begleitet. Das muss ja nicht nochmal sein. Du bist ja da ewig und drei Tage unterwegs. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Keine Zeit, kein Geld und überhaupt. Oh, hüpf, hüpf. Mal gespannt, ob wir da überhaupt hinkommen. Nicht, dass wir uns da wieder durch irgendwelche Oga prügeln müssen. Also auf der anderen Seite. Darauf hätte ich dann so absolut gar keine Lust heute Abend. Aber meinem Glück, äh, ja gut, da sind Oga-Behausungen. Will doch nur hier gucken. Braune Kuh. Eisendegion. Okay, hier. Hier sitzen sie Char in ihren Panzern. Alles klar. Gut, gut. Gucken wir mal. Da ist doch auch noch was. Genau. Da hatten wir mal genau drauf zu. 16 von 20. Na toll. Das riecht doch danach, dass ich hier irgendwie bestimmt später wieder irgendwie eine Sehenswürdigkeit komplett übersehen habe und die nie wieder finde. Ach, das ist ja hier wieder so eine Aktion. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Erstmal hacken wir das hier um. Ja. So. Ja, aber hier kommt man ja nirgendwo rein. Oder? Doch. Uah. Ihr habt euch aber echt breit gemacht, oder? Au. 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 Was? Was für Feiglinge fliehen? Wieso? So. Ich will ja nur, dass ich hier mal nur mit einem hier zu tun habe und nicht hier mit zweien und dreien. So. Tach. Oh. Den haben wir. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier die schnell wiederbeleben. Dass die uns hier ein bisschen vielleicht helfen. Vielleicht helfen, was ich zwar nicht glaube. Ah, doch. Okay. Naja, Attacke, ne? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Wie Streiftreffer. Was seid ihr denn hier für Besoffene? Ich rufe die Kraft in Sturm herbei. Halt. Halt. Wupp. Ah, die helfen dann doch hier halbwegs tatkräftig. Oh, noch ein bisschen Blutung drauf. Halt. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh. Können wir das hier nicht schon übernehmen? Ach, da sitzt noch einer. Jep. So. Nee, da kommt schon wieder der nächste irgendwo angehampelt. Oder? Ach, ja. Zeit, echten Schaden anzurichten. Zeit, echten Schaden anzurichten. Zeit, echten Schaden anzurichten. Zeit, echten Schaden anzurichten. Stellt euch doch mal so irgendwie auf, dass, äh, dass man hier sämtliche Eingänge und so abdeckt. Segen, ihr kriegt das doch hier bestimmt ganz gut alleine hin. Nee, kommt schon wieder der nächste. Ja, ja, in 45 Minuten. Ich weiß, ihr braucht mich jetzt nicht hier alle, alle paar Minuten dran zu erinnern. So. Na, kommt. Ach, da kommt schon der nächste Depp. Noch jemand? Kommt da bestimmt jetzt irgendwo wieder einer. Von irgendwo kommt jetzt einer und meint das hier unterbrechen zu müssen. Hm. Ah, oder auch nicht. Ich denke mal da oben, der wird wieder als nächstes respawn. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass hier noch irgendwie was angelaufen kommt. Oder von da. So. Ich habe ja gesagt, da kommt dann halt noch einer. Ja. Könnte mal einer hier die komische Ratte da töten. Uh. Leute. Hier sind, äh, ein paar viele. Ah. Wieder hier einmal im Kreis rumjoggen lassen. So. Äh, ja. Ach, da oben steht schon wieder einer. Jetzt kommen sie aber hier alle, oder? Das ist ja schon wieder einer. Ah. Alles tot. Können wir jetzt hier weitermachen? Liegt hier noch Irgendwie einer? Ne Wobei uns das jetzt auch nicht weiterhilft Weil wir müssen da hinten auch noch irgendwie machen Wenn das jetzt hier übernommen ist Hier hätte ich ja zumindest Noch hier NPC Hilfe Aber da hinten sieht es ziemlich Ich brauche einen Freiwilligen für den Sturm aufs Osttor Der Rest ist doch hier für Ruhe Ja Die kommen jetzt hier überall oder? Kommen die mit? Okay Aua Nicht so Hä? Was? Okay also Ich hoffe ihr kriegt das da hinten Alleine gelöst Ich Kann mich jetzt hier nicht um alles kümmern Äh Äh Ich gar nichts Ich klapp mal hier Ja Na Könnten ja auch alle hier mal rankommen. Nie aus der Reichweite. Mensch. Und hier nicht auf die Freunde schießen. Kein Friendly Fire. Ja. Da steht mein anderes Großschwert da noch rum. Ja, das ist aber ein bisschen weit weg. So, da. Dann jetzt hier noch irgendwie aufräumen. So, okay. Ja. Dann würde ich sagen, ich mache dann gerade hier an der Stelle schnell Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die Hinterpforte irgendwie weiter verteidigen oder sichern. Bis dann. Ja. Jag 우리는 demn hem Ja. 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 Vielen Dank.